ja da kommt ein roter grün ist schon ausgelöscht ich komm nicht mehr ran zu uns kommt einer hallo 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 leute willkommen zu einer runde minecraft badwars zusammen mit brevo hd hallo als special guest habt ihr irgendeine taktik oder sowas wie ihr hier vorgeht wir versuchen erstmal nicht zu verlieren und unser bestand nicht einzubauen aber wenn du da eine bessere taktik hast dann sag einfach dann halten wir uns daran macht ihr einfach mal ich bin ganz gerne mal so dass ich einfach irgendwelche gegner mal ein bisschen angreifen die ein bisschen mehr für ok also meist so schnell rauswaschen ja ist eigentlich ganz gut wenn immer irgendwie einer so ein bisschen hinten bleibt verteidigt oder zumindest ein auge so drauf wirft ob jemand zu uns läuft abbauen unser bett werde mache ich das dann bin ich gerade dabei schon das einzubauen dann passen wir in die mitte brauche noch ein paar blöcke ich habe noch 20 weil ich schon mal kurz da sind schon die ersten damit oh gott die haben schon schwerter das hat von team gelb ist weg team gelb ist links diesen blauen das wird die erste rolle vielleicht gewinnen ja hoffentlich so okay eine zwei leben noch bei rot glaube ich ja es war mir einer kommt einer kommt zur mitte die haben auch einen bogen schon also einer zumindest die haben vor allem gute sachen nein ich bin tot oder kommt ein roter ein paar klötzen aber die habe ich schon fallen bogen oh mein gott sollten immer zu bauen jetzt wird blöcke blöcke scheiße zu bauen oh gott liegt hier viele eisen gibt es ja auch noch ich brauche mal die haben wir mal zu hier ist ein paar blöcke Ah, Team Rotfurt vernichtet. Sehr gut. Okay, Team Grün. Die sind auf der anderen Seite. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch einen Gegner, der gefährlich ist. Oder es gibt jetzt nur noch einen Gegner da, na gut. Die anderen sind alle zu. Ah, kriegen wir hin. Die sind in der Mitte. Die holen das ganze Guld. Okay, ich versuch mal in die Mitte zu gehen gleich. Ja, ich bin auch schon unterwegs. So, der eine ist runter. Der nächste ist, keine Ahnung. Die sind beide jetzt hinten in deren Base. Sehr gut. Einer ist vielleicht noch. Ich glaube einer ist bei, ne, ne doch nicht. Hier ist noch zwei Guld. Oh, kannst du die haben? Dann geh ich meinen Bogen holen. Wo bist du? Da. Hier. Okay, Mitte ist safe erstmal. Vorsicht. Da kann ich den Klinger. Oh, der hat einen Bogen. Warte mal, ich baue das hier mal ein bisschen zu. Ja, baue mal zu. Wenn man einmal einen Bogen hat, dann sind die Chancen schon mal sehr, sehr gut. Weil dann können die anderen schon mal nicht mehr so dicht an einen rankommen. Ja, der Bogen ist echt ziemlich überpowert hier. Ja gut. Ist halt mit den Inseln und so. Ja. Dann gehen wir mal gucken zu denen. Was die so sagen. Ist noch mehr Gold. Brauchst du Essen? Ja, ich hab was. Okay, alles klar. Okay, pass auf. Die haben einen Bogen auf jeden Fall. Ich hieße noch dich. Ich hab da einen Mann. Ich hab da einen Mann. Oh, hat dir irgendeine Rüstung zufällig? Ich hab da einen Mann. Hm, ich brauch nix. Okay, alles klar. Okay, ich hab einen getötet. Der andere dürfte noch ein, zwei Herzen haben eigentlich. Versuch mal anzugreifen. Jungs, ich bin auch gleich da. Ich muss noch ein paar Sachen craften. Ich bin auch fast dran. Hier so seitlich. Ja, ja, kein Thema. So, zwei Gold. Ich bin hier Moment nur beim Bett. Einen Moment. So. Jawoll, sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir den noch hier töten. Ah, das kriegen wir halt. So, irgendwo. Nein! Und runtergesprungen. Irgendwo ist noch einer. Ja, den hab ich gefehlt. Nice. Sehr schön. 5 Minuten. Ja, würde ich sagen, gleich die nächste hinterher. Weiter geht's mit Minecraft Bad Wars. Mit dabei ist immer noch der Nico. Gott, die Map hier ist ja riesig. Ah, ja, ja. Die kenne ich auch nicht. Warte mal, da ist ein Haus. Das Haus ist die Mitte. Und dann... Okay, in dem Haus hier ist der Betran. In dem Haus? Ja. Also in einem Teil hier in der Mitte. Wenn man das Haus nennen kann. Ich frage es, wie kommt man da hin? Von hinten kannst du da so hochgehen. Oder einfach hochbauen. Er wusste nicht, dass die Typen mal Klötze kaufen können. Ey, wir haben Gold in unserer Basis. Hier, der ist bei dem... Hier oben ist Gold. Oh Gott, dann hat das halt jeder einen Bogen. Wenn der da ganz oben läuft. Er läuft. Warte mal, wenn ihr da ganz oben läuft. Ja. Ich hab schon ein Goldstück. Kommen wir, die Deutschskills, ne? Junge, ey. Ich hab mir grad vor wie so ein Hund. Wir müssen mal hier eine Leiter bauen, um dann nach oben zu gelangen. Wolltens ist eine AFK. Ah, bei fünf Leuten geht's nicht gerade noch so. Ach, jetzt ist er wieder da. Hast du hier oben schon eine Truhe? Da kann man nicht ran, scheiße. Warte, ich geb dir mal ein Gold. Ich brauch ein Gold. Ich hab das da hingeschmissen, einfach. Oh, wir sind Müll. Ist das unser Bett? Ne, ne? Oh, ich dacht schon. Ne, ich brauch unser Bett jetzt erstmal zu. Ähm, braucht ihr Eisen? Ne, ich geh erstmal rüber und... ...knüppel alle weg. Na, oh, jetzt hab ich fünf Schwerter gekauft, anstatt einem. Scheiße. Na, das passiert mir auch immer. Ähm, ich werf dir mal kurz hier ein Schwert hin. Nice, danke. Oh, 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 oh. Hä? Bei mir ist hier jemand. Pass auf, da kommt jemand hoch zum Bett. Da kommt jemand hoch zum Bett. Hab ihn tot. Sehr gut. Braucht jemand ein Schwert? Ja, ich gleich. Okay, ich bin in der Mitte. Ja, ich auch. Du bist auch hier. Hier, guck mal. Ja, da kommt ein Roter. Oh. Grün ist schon ausgelöscht. Aber... Ah, ich komm nicht mehr ran. Zu uns kommt einer. Hallo, hallo. Kleiner Tipp, wenn du sprintest und springst, dann bist du schneller. Noch ein Roter? Das war mir jetzt zu riskant hier. Wir müssen das... Wir müssen Team Rot unbedingt. Team Rot? Alles da. Die sind hier mir zu wild. Okay, dann geh ich mal gucken. Team Rot müsste einmal durch sein, glaube ich. Oh, ja. Okay, Team Rot, bitte. Schwierig werden. Aber ich versuch mal. Oh Gott. Da ist gerade jemand an mir vorbei runtergefallen. Scheiße. Ey, da ist wieder so ein Roter. Der hat ein Schwert. Ich hoffe mal, von Rot hat noch keiner einen Bogen. Jawohl. Da kommt einer zu uns. Sehr gut. Okay, ich bin bei denen in der Base. Sehr gut. Muss ich nur noch irgendwie mal da hinkommen. Weil die haben mich auf jeden Fall gesehen. Okay. Ich habe aber auch 10 Gold. Das ist ein bisschen ärgerlich. 10 Gold? Ja. Nein. Ich bin tot. Ja, oh mein Gott. Egal, egal. 3 Stück angelaufen. Nein, 10 Gold verloren. Ja, die bekommen wir wieder. Ja, es lag halt bei denen hinten in der Base drin. Und da war halt noch niemand anscheinend. Das ist aber gut, dann wissen die auch nicht, dass sie selbst Gold haben. Ja, jetzt wissen sie es. Egal. Ich habe hier erstmal ein bisschen Gold. 11 Gold. Oh ne, jetzt nicht mit dem Bogen. Lass mich durch. Von wo ist der Bogen? Der baut ihn hier zu. Achso, von da. Der hat er zugebaut. Warum? Weil ich mach mal gerade hier so eine. Okay, hier sind vier Gold. Ich weiß nicht. Team Blau hat noch vier Spieler. Oh, das ist einer von Team Rot, der kommt zu uns. Einer von Team Rot kommt zu uns. Ja, ich stehe schon. Der hat mich halt runtergeboxt. Hä? Ich habe dir Gold gegeben. Achso, okay. Du bist bei mir unsichtbar. Ehrlich jetzt? Toll. Ich habe gerade gedacht, hey, wo kommt solche Gold auf einmal? Hast du den runtergeholt, Aaron? Ne, der macht halt irgendwelche Sachen. Den craft ich mir kurz mal ein Schwert. Der baut die zu uns hoch. Ja. Den hole ich. Okay, nice. Okay. 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 Der zweite von Rot kommt auch noch hoch. Oh, das ist doch lame. Ich boah jetzt von unten einfach ab. So. Hier ist ein bisschen Gold in der Mitte. Oh, und das ist ein anderer Typ. So. Hier ist jemand. Okay, das ist unser. Wie unser Bett. Das war doch Team Rot. Was mit Skype eigentlich? Achso. Ich glaube, Skype war gerade weg. Irgendwie war das gerade komisch. Unser Bett ist kaputt, ne? Ja, währenddessen haben wir das Bett abgebaut. Oha. War Skype komplett weg oder war nur ich weg? Also ich habe euch nicht mehr gehört. Okay, ich habe euch auch nicht mehr gehört. Ich habe hier wieder acht Gold. Ich habe auch noch zwei. Falls ihr. Oh, bei Blau sind ja noch welche da. Scheiße. Dann gehe ich mal zu Team Gelb rüber. Achso, dann sind wir ja. Dann gehe ich zu Grün. Team Gelb sind wir, Kai. Von Blau ist bei Grün. Oh, da kommt ein großer. Zu Essen kaufen. Zu uns? Nee, aber unser Bett ist eh weg. Achso, ja. Vorsicht. Der ist jetzt gleich oben bei dir. Fuck. Oh, ich lebe noch. Er ist mich tot. Nice. Ich gucke mal. Oh, cool. Ich habe den einen da runter geschossen und habe den in der Luft dann noch mit dem Fall noch mal getroffen, so dass er gestorben ist. Ach nee, ich wollte mir gerade was kaufen. Toll. Also Blau arbeitet hier noch. Oh Gott. Schaffst du es noch? Oh, sehr nice. Da kommt noch einer. Nein. Scheiße. Einer von Rot geht jetzt zu Blau. Ja, ist egal. Wir sind eh hier durch. Ja, alle? Ja, alle. Oh, klar. Schade. Okay, aber das war eine schöne Runde Bedwars. Dann danke fürs Zuschauen, Leute. Schaut beim Nico vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.